einen schönen guten tag und vielen dank fürs anschalten in diesem video zeige ich ihnen wie sie schon beim ersten versuch ein eventuell hinterlegtes briefpapier mit digital an den kunden versenden im klartext wenn sie die standardeinstellungen von barbiprofi 3 haben ist es ja so dass wenn sie eine rechnung erstellen auch die standard layout verwendet wird ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet damit ich ihnen das an der stelle zeigen kann das heißt wir haben hier unter standard layout natürlich unten die ganzen e mail adressen und hast nicht gesehen telefonnummern und dann haben sie können sie ihr logo in barbiprofi 3 hinterlegen und dann haben sie ihre adressdaten und so weiter positions auflistungen alles gut so was machen sie aber wenn sie ein eigenes papier haben hier haben sie in der vergangenheit und der fragezeichen frau also reporten ausdrücke haben sie hier gesagt vier rechnungen lieferscheine angebote diesen report wollen sie verändern an dieser stelle haben sie die nicht benötigten elemente die ja sowieso bereits auf ihren briefpapier ausgedruckt werden wie zum beispiel ihr firmen logo raum ihre adresse und so weiter haben sie einfach entfernt so einfach angeklickt entfernt und haben die änderungen durch das schließen also durch anklicken auf das x mit ja bestätigt dann hatten sie ihre eigenen anpassungen wir haben nun ein weiteres format eingefügt dass bereits diese informationen nicht beinhaltet wie zum beispiel das logo ihre adressdaten ihre telefonnummern bankverbindungen weil für dieses alternative logo wir davon ausgehen dass das alles schon auf ihrem briefpapier steht das bedeutet sie haben von ihrer druckerei in ihrem drucker auch ein bedrucktes briefpapier liegen und sie drucken auch auf diesen briefpapier aus das ganze vielleicht mal zu veranschaulichen habe ich mal das bisschen groß angezeigt machen bisschen kleiner da kommen so habe ich schon mal was vorbereitet das heißt das beispiel ich habe hier so ein beispiel briefpapier einfach mal wir gehen davon aus dass dieses briefpapier bereits genauso in ihren drucker liegt ja das heißt war wie profi 3 muss ja ihr logo gar nicht mehr drucken er muss ihre firmierung ihren namen und so weiter ihre bankverbindung muss er ja gar nicht mehr drucken weil es ja schon auf ihren briefpapier ist okay also sie haben nun die möglichkeit unter administration systemeinstellungen in der karteikarte rechnungen hier zu sagen dass sie ein eigenes briefpapier besitzen hierzu klicken sie auf eigenes briefpapier und sagen bild holen in unserem beispiel habe ich das einfach schon vorbereitet wo war es denn hier genau und sage ich habe hier dieses briefpapier die premisse zum hinterlegen für das für das briefpapier ist es muss ein jpeg ein bmp ein png oder ein gif oder ein tiff sein also das heißt irgendein gültiges bildformat und nun ist es so das heißt wenn sie jetzt auf rechnungs rechnungen liefersteine angebote klicken ich gehe jetzt mal erst mal auf bestehende rechnungen ein ok und dann gehen wir auf neuerstellte rechnungen ein ist es so dass nun die vorschau etwas anders aussieht und zwar gemäß diesen neuen layout weil denn war wie profi 3 sagt muss er noch das drucken was unbedingt sein muss alles andere steht bereits auf ihrem briefpapier jetzt können sie natürlich sagen hier hier steht ja gar nichts ja klar das ist die vorschau denn wenn sie hier auf drucken klicken druck der ihr oder druck war wie profi 3 auf den drucker auf dem das briefpapier drin liegt ok also muss in der vorschau hier auch nichts drin stehen wenn sie jetzt aber sagen gehe ich möchte für eine bestehende rechnung möchte ich aber das neue format dieses neue layout anwenden dann gehen sie wohlgemerkt ist jetzt bei einer bestehenden rechnung ja zu einer neu erstellten kommen wir gleich dann klicken sie einfach die rechnung an klicken auf kopie und sagen nun pdf dokument durch die bestätigung des buttons übernehmen wird im hintergrund ein neues pdf dokument stellt das wir uns nun ansehen beginne zu den kunden ordner hinein also rechtsklick auf den rechtsklick auf die rechnung und dann sagen kunden ordner wir gehen hier auf rechnung wir sehen uns jetzt die neu erstellt die kopie der rechnung an ein doppelklick wahrscheinlich den akrobat reader und sie sehen das war wie profi 3 nun ihr hinterlegt das briefpapier in den digitalen in der digitalen abspeicherung mit hinterlegt hat und das ist jetzt der springende punkt denn also der nachteil ist natürlich dass sie wenn sie jetzt sagen ich will einen pdf drucken wenn sie im akrobat reader sagen ich will dieses pdf also dieses dokument drucken druckt er natürlich das komplette pdf so wie sie sein bildschirm sehen auch aus wenn sie sagen ja ja ich will es zwar drucken aber ich brauche ich brauche den hintergrund gar nicht weil ich ja den auf meinen briefpapier habe ja da klicken sie einfach auf kopie und sagen dann ist sie wollen sie auf den drucker senden sie übernehmen das ganze und dann wird es ohne dem pdf mit aus klar also das heißt so wie es hier in der vorschau jetzt auch angezeigt wird das war jetzt mal das eine das ist also schon relativ cool denn damit haben sie gewährleistet dass das hinterlegte briefpapier im digitalen versand fast genauso aussieht wie das physikal ausgedruckt papier in auf ihrem drucker in dem auch das briefpapier liegt so wir erinnern uns im kundenstamm können sie als standardmäßig oder generell oder separat für jeden kunden oder für alle kunden hinterlegen der karteikarte sonstiges ob den kunden auch eine also nur eine mail rechnung zugesandt werden soll das bedeutet sie erstellen eine rechnung und es wird nur per mail an den kunden gesandt warum weil sie vielleicht ihre mails digital archivieren oder sonst irgendwas ich empfehle natürlich das ganze ding auszudrucken damit sie auch was für unterlagen haben aber das sind einfach die anforderungen wie die praxis in der vergangenheit einfach gezeigt hat sehr 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 verschieden der eine bis so der andere bis alles soll wir sagen es einfach mal wir haben für unseren kunden zwei gesagt wir wollen auch per mail natürlich versenden und für diejenigen die immer wieder nachfragen ja sie müssen in den systemeinstellungen von barri profi 3 unter mail natürlich ein gültiges e mail programm hinterlegt haben dass sie auf ihren rechner installiert haben so in unserem fall ist es einfach nun geben wir auf rechnungsmodul und erstellen eine neue rechnung so ich will unseren kunden 2 aus irgendeinen artikel verkaufen jetzt 100 stück da verkaufen auch 100 damit sich die rechnungsstellung natürlich lohnt ich sage jetzt ich will jetzt eine rechnung erstellen zusatz texte und so weiter brauche ich nicht okay ist jetzt der vorführeffekt ich habe jetzt einen drucker hinterlegt der auf dem system nicht verfügbar ist deswegen schaut barri profi 3 natürlich nach und sagt wenn der hinterlegt der drucker nicht verfügbar ist dann nämlich den standard drücker haben lokalen system ist eigentlich sehr schöne option was passiert nun nun hat war wie profi 3 das ganze ausgedruckt und zugleich eine ein pdf dokumen also das heißt eine e mail an den kunden erstellt indem sie nun die erstellt die rechnung wiederfinden und als anhang wiederfinden wenn wir jetzt aber nun die rechnung öffnen sehen wir dass hier in die geht bei der digitalen erstellung des pdf dokuments gleich das von ihnen hinterlegte briefpapier verwendet wird ist eigentlich eine sehr schöne funktion ist relativ cool dadurch hat der kunde auch digital gleich die rechnung ausgedruckt die eventuell bei der lieferung der ware von ihnen mit ausgehändigt bekommt das einzige auf was sie bitte achten sollten sollten sie am rand irgendwelche ränder haben das heißt damit es nicht vollständig gedruckt wird müssen sie in ihren drucker einstellungen also das heißt bei den optionen im drucker treiber sagen dass er das ganze dokument bedruckt ich hoffe dieses video hat ihnen gefallen weitergeholfen bedanke mich für der aufmerksamkeit und wünsche ihnen einen schönen tag tschüss